Der schlimmste Fehler, den du in der Führung machen kannst, ist zu erwarten, dass deine Mitarbeitenden sich so verhalten, wie du es tun würdest, weil das ist nicht deren Baby und das muss es auch nicht sein. Die können frei machen und die können auch krank sein und die können auch sagen, ich habe aber heute Abend Pläne, ich kann keine Überstunden machen, weil es ist ja nicht deren Baby, es ist ja meins. Das war am Anfang für mich super schwierig zu verstehen, weil wenn ich dann gesagt habe, ja, warum geht die jetzt einfach nach Hause, obwohl das noch nicht fertig ist, dann war mein Vater direkt so, ja, aber der schlimmste Fehler, den du machen kannst, ist erwarten, dass sie die Einstellung haben wie du. Weil sie sind ja nicht du und sie müssen auch nicht du sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glowcast. Mein Name ist Miriam Jax, ich bin die Gründerin von JacksBeautyLine und ich liebe, liebe, liebe es, mich mit anderen Unternehmerinnen auszutauschen, von ihnen zu lernen, mich inspirieren zu lassen und ich gebe aber natürlich auch super gerne meine Erfahrungen weiter. Und wer mir auf Instagram folgt, hat es vielleicht gesehen, dass ich jetzt diesen Sommer mit NoCosmetics zusammengearbeitet habe, das was ganz, ganz tolle Produkte sind und die Gründerin, einer der Gründerinnen von NoCosmetics ist heute hier, liebe Caro Kroll. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich möchte erstmal von dir erfahren, vielleicht kannst du mal für alle, die bisher deine inspirierende Story mit deiner Gründung mit 22 noch gar nicht kennen, vielleicht kannst du das einmal so ein bisschen erzählen oder auch so dein Background, weil das einfach super, super spannend ist. Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Ja, super gerne. Ich bin Caro, ich bin 29 Jahre alt und ich habe mit 22 gegründet. Das ist so ein bisschen wie bei Apple, da war es eine Garage, bei uns war es der Keller meiner Eltern und da haben wir angefangen. Ich habe mit meinem Papa zusammen gegründet. Der kam aus der Kosmetikindustrie, hat im Außendienst gearbeitet, danach im Marketing, in dekorativer Kosmetik, im Haarbereich, alles Mögliche. Und dann habe ich in Berlin gewohnt und habe ihn unterstützt bei den ganzen, also so ein bisschen meinen Blick darauf gegeben, wie die Kundin letztendlich Produkte sieht, die er quasi, also wo er beraten hat. Und daraus hat sich dann ergeben, dass wir gesagt haben, warum machen wir das nicht eigentlich einfach zusammen? Ich bin mit einem Papa groß geworden, der in der Drogerie alles irgendwie nicht gut genug für mich fand. Und dann war dieser Punkt, hey, warum machen wir nicht eigentlich was selber? Warum machen wir nicht was zusammen? Und das Ganze hat sich dann entwickelt. Wir sind jetzt bald sieben Jahre alt und genau, inzwischen ist meine ganze Familie im Unternehmen. Meine Schwester ist unser Creative Director, alles was so visuell ist. Und meine Mama leitet den Online-Shop. Die macht alles, wenn man bestellt, packt die Pakete mit ihrem Team und genau, the rest is history. Ja, also so spannend und vor allem habe ich auch vorhin schon gesagt, ich glaube, die wenigsten Menschen würden mit ihrer Familie zusammen gründen oder zusammenarbeiten wollen. Vielleicht gehen wir da gleich nochmal drauf ein, aber kannst du noch einmal ganz kurz sagen, was hast du davor gemacht? Also weil du bist ja quasi in die Beauty-Branche und warst aber ja jetzt nicht vorher gelernte Kosmetikerin oder wie ich Make-up-Artist. Was hast du denn davor gemacht? Ich habe was ganz anderes gemacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Hotelfachfrau am Anfang. Und mein Papa hat sich selbstständig gemacht als Unternehmensberater und hat dann meine Position quasi gebraucht als ganz normale Kundin, die im Drogeriemarkt steht für ein ganz anderes Projekt. Ging um Haare. Und in der Zeit, die ich ihn da unterstützt habe und meinen Input gegeben habe, habe ich festgestellt, wie cool ist das, dass man Produkte macht, die es dann in der Drogerie gibt und die dann jemand kaufen kann und am Ende ein Badezimmer hat. Und da hatte ich dann am Alex tatsächlich im DM diesen cheesy Moment, dass ich gedacht habe, boah, jetzt steht das hier im Regal, was wir irgendwie über Monate und ich meine, ich habe eigentlich nur einen super kleinen Teil getan. Ich habe eigentlich nur gesagt, die Farbe finde ich cool oder sowas. Aber ich hatte diesen Moment, wenn ich mir was aussuchen kann, was ich mein Leben lang machen möchte, dann das. Und dann habe ich überlegt, wie ich das mache, habe gedacht, super smarter Plan, ich fange an Marketing zu studieren und ich arbeite irgendwann bei Sephora in Frankfurt, habe ich gedacht. Das war mein fester Plan. Ich habe das Studium angefangen oder mich eingeschrieben, weil ich gedacht habe, ich arbeite irgendwann in einem großen Konzern und mache dort die Produkte und das Marketing und das Design. Was jetzt natürlich im Nachhinein betrachtet, so wäre der Job ja gar nicht gewesen vermutlich, aber in meinem Kopf war der so. Und dann bin ich zurück nach Hause gezogen, weil meine Eltern halt auch meinten, ja okay, irgendwie in Berlin wohnen und studieren und blablabla, das geht alles nicht gleichzeitig. Und in der Zeit, die ich dann auf mein Studium gewartet habe, habe ich meinem Papa so ein bisschen über die Schulter geschaut. Und dann war diese Idee, okay, warum machen wir das nicht zusammen, warum machen wir das nicht selber? Dann haben wir den Keller ausgebaut, haben dort unser erstes Office hingemacht und haben DM gepitcht, wie eine, ob sie Lust hätten, die erste Clean-Beauty-Reihe in ihren Regalen zu haben. Wir hatten gar nichts, wir hatten weder irgendwie einen Social-Media-Auftritt, wir hatten keinen Businessplan richtig, wir hatten keine KundInnen, die uns kannten, keine Markenbekannten, nichts. Aber DM hat uns das dann einen Monat probieren lassen, limitiert auf der Innovationsfläche und das hat dann so gut funktioniert, dass wir dann danach ins Regal gekommen sind. Mega Story, echt richtig cool. Und dein Papa hatte einfach die Kontakte zu DM oder warum war DM jetzt so der erste Approach? Eigentlich, weil ich als DM-Kind groß geworden bin und weil mein Papa, der hatte Kontakte zur Drogerie, weil er vorher halt auch dorthin Shampoo und Co. verkauft hat. Aber letztendlich kann sich eigentlich jeder Gründer, jede Gründerin in der Drogerie melden, wenn man einen Pitch hat, wenn man denen was mitschickt, ein Pitch-Deck und sagt, hey, ich habe richtig Lust, irgendwie in eurem Regal zu sein. Dann hören die sich grundsätzlich fast jeden erstmal an. Also das habe ich jetzt auch in der Vergangenheit gehört, dass viele Gründerinnen zu mir meinten, hey, ich bin jetzt auch in der Drogerie, man kann auch so limitierte Flächen und sowas machen und sowas. Genau, aber eigentlich kam der Punkt daher, dass ich so ein DM-Kind war und ich komme halt aus NRW und dort war DM irgendwie für mich immer so leichter erreichbar. Also einfach dort, wo ich gewohnt habe, gab es die mehr. Und deswegen haben wir das erstmal probiert. Könnte gut sein, dass wir danach dann zu den weiteren gegangen sind und inzwischen sind wir bei allen Drogerien in Deutschland vertreten und ich lerne jetzt, dass die alle super krasse Vorteile auch haben. Also ich habe dadurch gelernt, dass ich auch die Essensecke von Rossmann sehr, sehr, sehr stark liebe. Aber das war halt eigentlich so dieser erste Punkt. Dieses, okay, eine Exklusivität bringt einer Marke am Anfang sehr, sehr viel, weil die Drogerie kommt dir halt sehr stark entgegen, wenn du exklusiv bist. Und daher kam das eigentlich so dieser erste Gedanke. Und dadurch, dass wir ja auch einen leichten Ablauf brauchten, wir hätten uns gar nicht auf mehr als eine Person irgendwie fokussieren können. Ich habe gleichzeitig studiert, Marketing Management und dann wäre das vermutlich gar nicht machbar gewesen, eine flächendeckende Distribution zu machen. Hast du dann zu Ende studiert? Ja. Und hast nebenbei noch Cosmetics aufgezogen? Ja, würde ich nicht empfehlen. Ich habe zu Ende studiert. Ich habe meinen Bachelor gemacht. Das war im Juni und im Oktober haben wir den Berliner Laden eröffnet. Also da hatten wir schon zwei Büros. Da habe ich das gemacht. Wahnsinn. Wie schnell seid ihr denn gewachsen? Also erzähl mal ganz kurz von den Größen. Also mit wie vielen Produkten habt ihr gestartet? Wie habt ihr die selber entwickelt? Wart ihr bei einem Lohnhersteller? Wie habt ihr das gemacht? Und vor allem, wie schnell seid ihr dann jetzt? Ich glaube, ihr seid jetzt 66 Leute oder so. Das sind jetzt sieben Jahre. Aber wie schnell seid ihr gewachsen? Also wir haben angefangen mit diesem Standardsortiment von fünf Produkten. Das ist irgendwie so eine Faustregel, dass man sagt, fünf Produkte, du machst einen Cleanser, eine Creme und dann Add-ons und Co. Also so hat das bei uns gestartet. Unser erstes Produkt war unser Goldöl, weil ich wollte ein Gesichtsöl, was einen Glow gibt, wo man auch ungeschminkt mit aus dem Haus gehen kann. Deswegen kam auch am Anfang dieser No-Make-up-Gedanke dieses, wo wir auch schon drüber geredet haben, du musst deine Haut erstmal vorbereiten, damit das Make-up darauf schön aussieht. Also es geht gar nicht darum, ungeschminkt aus dem Haus zu gehen. Es geht darum, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen und die Haut auch perfekt auf das Make-up vorzubereiten. Weil letztendlich hat man sonst halt auch einfach, dass die Foundation, das Make-up nicht so gut sitzt, wenn man die Haut nicht gut vorbereitet. Das ist richtig. Und genau, wir haben mit fünf Produkten gestartet und haben uns dann daraus weiterentwickelt. Am Anfang fünf Produkte. Ich hatte eine Teilzeitangestellte und eine Praktikantin und habe halt immer noch studiert. Ich musste immer noch pendeln zum Studium. Bin so dreiviertel Stunde bin ich ungefähr gefahren dahin und habe das Ganze aber kombiniert. Also ich bin morgens, habe ich halt meine Sachen gemacht, dann kamen die Mitarbeiterinnen, dann bin ich zum Studium gefahren und bin dann danach wieder zurück. Habe die quasi abgepasst, noch mit denen gearbeitet und dann noch meine Uni-Sachen und meine eigenen Sachen gemacht. Und dann hat sich das quasi daraus ergeben, das Wachstum. Und wir sind wegen dem, weil du meintest Lohnhersteller und Co., wir sind ein Joint Venture. Wir haben das zusammen gemacht mit einem Produktionsunternehmen, weil wir halt auch einfach keine Gelder hatten, um sowas auch vorzustrecken. Du kennst das bestimmt, man muss Packmittel vorstrecken, Rohstoffe vorstrecken und, und, und. Und du musst an dem Punkt die Rohstoffe holen und an dem Punkt kriegst du erst irgendwie die Bezahlung quasi von der Listung. Und die waren, also die sind ein Familienunternehmen, die sind schon in der zweiten Generation. Das heißt, die waren schon an dem Punkt, die hatten schon Mitarbeitende und die hatten schon Maschinen. Und wir haben uns zusammengetan. Am Anfang war das auf der Basis von einem Handshake Agreement tatsächlich. Also am Anfang gab es, obwohl wir schon in der Drogerie standen, noch keine festen Verträge, weil wir uns einfach vertraut haben und gesagt haben, wir wollen hier, jeder tut das, was er kann. Und wir wollen das zusammen groß machen. Und wir sind auch immer noch so. Wir sind immer noch ohne InvestorInnen dahinter und immer noch wir dran. Und arbeitet ihr immer noch mit denen zusammen? Ja. Sehr cool. Ist ja bei uns, bei Jack's Beauty Line sehr, sehr ähnlich gewesen. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst, aber wir haben ja auch quasi mit einem Familienunternehmen zusammen das alles komplett aufgebaut, die uns damit sehr stark unterstützt haben, weil es wahrscheinlich sehr ähnlich wie bei euch ist, dass wir gesagt haben, wir wollen halt keine klassischen Investoren mit drin haben, sondern wir wollen das halt sehr selbstbestimmt alles machen und haben dann halt auch so gestartet. Und ich glaube auch, das ist ein Megatipp an alle, die mit irgendwas starten wollen, wirklich mal zu schauen, ob man nicht direkt aus der Branche, in der man ist, halt wirklich auch Menschen, wie du das gerade genannt hast, so Joint Venture machen kann, dass man halt sich wirklich zusammentut und sich zusammen überlegt, wie kann man das zusammen aufbauen? Weil letztendlich haben alle was davon. Ich finde es halt so schön. Also bei uns ist es auch, wir haben eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit. Wir haben aber zum Beispiel bei Jack's Beauty Line dann auch irgendwann angefangen, dass wir noch andere, weitere Entwickler mit reingenommen haben. Macht ihr das ganz exklusiv mit dem einen Partner? Wir haben schon mal outgesourced, einfach nur aufgrund der Platzgründe, also eigentlich nur wegen der Produktion, weil wir mehr produzieren mussten. Wir bauen zwar gerade an, also wir bauen eine riesen Produktionshalle dazu noch an. Da war aber der Spatenstich erst im Sommer. Das heißt, wir mussten halt teilweise outsourcen, um einfach nicht so viel out of stock zu sein im Regal. Aber das ist natürlich auch ein Wachstum, mit dem wir nicht gerechnet haben. Und du kannst ja auch nicht einfach irgendwie in den Raum dran klöppeln und sagen, ja gut, jetzt wird hier noch mehr produziert. Aber ich sehe es genauso wie du. Also es ist ein unfassbarer Vorteil. Man muss das nicht alles alleine machen. Also man muss das auch gar nicht alles selber wissen. Und es gibt total schöne Vorteile, sowas zusammen zu machen, weil jeder hat dann irgendwie seine Expertise, bringt diese mit. Und daraus kann halt was super, super Schönes entstehen, weil letztendlich muss ich ja keine Chemikerin sein, nur um das Ganze. Also ich muss die finale Formulierung nicht unbedingt wissen. Ich verstehe, was wir tun, aber ich muss ja nicht unbedingt wissen, welchen Verdicker wir jetzt inwiefern anpassen, weil dafür mache ich ja dann das komplette Marketing, womit dann das Labor sich nicht unbedingt auseinandersetzen muss. Unsere Laborleitung Hanna, die ist genauso alt wie ich. Und das ist halt ein super schöner Austausch, weil auch die Kosmetikbranche, auch die Laborbranche ist tatsächlich auch teilweise halt relativ alt oder auch relativ männlich. Und da ist es halt mega schön, sich zusammenzutun und ein gemeinsames Ziel zu haben. Also dass wir nicht für sie sind, wir nicht einfach nur eine Kundin, sondern wir haben ein gemeinsames Ziel, wie das bei euch ist. Und das finde ich total, total schön. Also das ist aber eigentlich bei der Drogerie auch so. Wir haben ja auch ein gemeinsames Ziel. Wir hängen zwar nicht zusammen, wir sind ein Kundinnenverhältnis, aber trotzdem haben wir das gemeinsame Ziel, die Marke weiterzubringen, das Regal weiter aufzubauen. Und darauf kann auch eine superschöne Zusammenarbeit halt also einfach basieren. Total schön. Kannst du einmal noch ganz kurz die Frage beantworten, wie schnell ihr gewachsen seid? Weil ihr habt ja eine unfassbare Erfolgsstory hingelegt. Also ihr seid ja auch auf Instagram extrem groß. Ihr habt einfach eine riesen Community mittlerweile ja auch aufgebaut. Erzähl mal nochmal so ganz kurz so von den Anfängen. Was waren so die Hiccups? Was ist auch so rückblickend das, wo du sagst, das hätte ich wirklich jetzt gerne anders gewusst oder anders gemacht? So viel. Am Ende ist man immer schlauer. Also wir haben angefangen in einer Drogerie. Wir haben uns dann weiterentwickelt. In weitere Drogerien sind wir gegangen. Wir sind inzwischen bei Müller, Budli und Rossmann auch noch. Also eigentlich bei quasi allem, was große Drogerien in Deutschland sind. Und wir haben uns dann auch so weiterentwickelt. Wir sind dann irgendwann ins erste Office gezogen. Dann sind wir aus dem Office rausgewachsen. Hatten dann zwei Offices. Und dann sind es irgendwann drei geworden. Und das hat sich aber sehr organisch ergeben. Also wir haben nicht diese typische Gründungsstory gehabt. Dieses, ich stelle jetzt einfach mal 60 Leute ein und mal gucken. Und davon entlasse ich irgendwie gefühlt auch wieder 20. Wie man das leider halt auch in Berlin oft hört. Wo ich immer denke, oh Gott, so möchte ich es einfach nicht haben. Also ich möchte, wenn ich jemanden einstelle, dann möchte ich mir sicher sein, dass die Person in einem Jahr auch noch bei mir was zu tun hat. Und nicht, ich sage, ich stelle dich einfach erst mal ein. Ich weiß zwar noch nicht, was du tun wirst. Und so ist das Ganze dann gewachsen. Also wir sind dann, die großen Umsatzsprünge gab es eigentlich, wenn wir eine weitere Drogerie erschlossen haben. Weil das, also zum Verständnis, du hast ja die Filialen und du hast eine Grundbestückung. Das heißt, wenn du irgendwie sechs Cremes pro Filiale hast, dann hast du irgendwie 2000 Filialen, sechs Cremes pro Filiale plus noch irgendwie das Lager. Und dann hast du natürlich eine sehr große Erstbestellung. Und dieser Platz wird ja dann auch weiterhin gefüllt. Was natürlich immer gesagt wird, und das ist auch wahr, in die Drogerie zu kommen, ist die eine Sache. In der Drogerie zu bleiben, ist die schwierigere Sache. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und da hast du natürlich auch bei Instagram oder bei E-Commerce, ist es weitaus einfacher, weil du halt genau weißt, wer da steht. Ich weiß nicht, wer im Hannover gerade in einem DM steht und welche Person dort steht und welche Struggles die hat. Ich weiß nicht, versteht die mein Packmittel nicht, versteht die meinen Text drauf nicht oder hat die gerade einfach was anderes genommen, weil sie es in der Werbung gesehen hat. Das sind halt sehr, sehr viele Dinge, die so eine Blackbox sind. Also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die man natürlich damit hat. Aber das Wachstum kam dann eigentlich wirklich durch diese Punkte, dieses weitere Drogerien erschließen. Und dadurch sind wir dann auch erst mit den Mitarbeitenden gewachsen. Also bei uns kamen eigentlich immer, die Mitarbeitenden kamen danach dazu. Unsere Sales Directorin war am Anfang alleine. Unsere Director of Product Management war am Anfang alleine, weil die auch sich sehr, sehr stark mit der Marke identifizieren, was ich super, super schön finde. Aber die haben natürlich dann auch lernen müssen, okay, nicht jede mitarbeitende Person muss das 100% so ernst nehmen wie ich und muss auch nicht von Anfang an genauso gut sein wie ich. Die können das auch noch lernen und die können sich weiterentwickeln und die können ihre Nische finden und sich auch noch in einem Konstrukt, wo man dann ist, ist bestimmt bei euch auch so, ja auch weiterentwickeln in unterschiedliche Bereiche. Sucht ihr aktuell gerade? Auf unterschiedlichen Wegen, ja. Da kann man bestimmt mal bei euch auf der Website schauen, weil es ist ja auch ein sehr, sehr schönes Familienunternehmen, wo man wahrscheinlich gerne auch arbeitet. Aber das möchte ich jetzt gerade einmal nochmal so ein bisschen, da muss ich nochmal ein bisschen bohren. Da musst du jetzt nochmal so ein bisschen auspacken und mal so ein bisschen die Hosen runterlassen, weil ich finde es so crazy, dass du mit deiner Mama, mit deinem Papa und deiner Schwester so eng zusammenarbeitest. Knallt es auch mal richtig oder ist das immer so super harmonisch? Also richtig knallen eigentlich nicht. Ich glaube, wir sind aber auch sehr, also ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, meine Mama auch. Also meine Pubertät war für meine Mutter, glaube ich, nicht einfach, weil die so ein harmoniebedürftiger Mensch ist. Obwohl die anderen beiden eigentlich auch. Deswegen also so richtig, dass es richtig, richtig knallt, ist eigentlich nicht. Aber Diskussion safe. Also wir haben alle zwei Wochen eine Gesellschafterversammlung, wo es natürlich immer super ist, eine Gesellschafterversammlung. Und die viele sitzen da halt. Wir versuchen das schon zu trennen. Also wir versuchen schon zu sagen, die Gesellschafterversammlung ist eine Stunde alle zwei Wochen, wo wir über die Arbeit reden. und nicht irgendwie dann noch irgendwie sagen, ach ja, morgen gehe ich ja, keine Ahnung, Tennis spielen. Und die Oma, die hatte doch das letzte Mal gesagt. Ja, also wir versuchen das schon zu trennen. Aber es bringt natürlich Herausforderungen mit sich. Besonders, wenn du auch an unterschiedlichen, zu unterschiedlichen Zeiten arbeitest. Du kennst das ja auch. Man ist viel unterwegs als Gründerin, hat viel da und da. Und es ist natürlich auch schon passiert, dass ich irgendwie in die Familiengruppe geschrieben habe, guck mal, ich habe einen Preis gewonnen. Und meine Eltern waren so, hä, was für ein? Ich war so, Leute, hallo. Ja, voll cool. Aber an sich funktioniert es sehr gut. Mit meiner Schwester habe ich am meisten zu tun. Ich bin aber auch, also meine Schwester ist meine beste Freundin, die war auch meine Trauzeugin. Also zwischen uns geht wirklich kein Blatt oder wie man das sagt. Deswegen, also das funktioniert super gut. Und mein Vater ist auch jemand, der nicht davor zurückschreckt, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Der ist ein Mensch, der sehr doll, wenn wir auch in Gesprächen sind. Vielleicht kennst du das auch, dass man teilweise in Gesprächen als Frau trotzdem nicht so richtig respektiert wird. Und mein Vater wird nicht müde, den Ball immer wieder zu mir zurückzuspielen. Egal, wie oft er angesprochen wird, sagt er jedes Mal, müssen Sie meine Tochter fragen, müssen Sie meine Tochter ansprechen. Und das sind natürlich Momente, die einen als Familie mehr zusammenschweißen. Deswegen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir als Familie das Ganze machen. Ich glaube, wir wären nicht so eng, wie wir jetzt sind, wenn wir das nicht gemacht hätten. Weil so jeder Bescheid weiß. Und ich habe natürlich ein 150-prozentiges Vertrauen in die Leute, mit denen ich arbeite. Und auch in diese ganzen Sachen, dass man, also ich kündige natürlich an, Hallo Papa, das ist jetzt nur ganz kurz zum Auskotzen. Bitte nicht irgendwie zu viel interpretieren und so, weil sonst geht er in so einen Survival-Modus und ist so, wir müssen alles ändern. Ich bin so, ich bin einfach nur gerade geladen. Hast du das mittlerweile schon gelernt, dass du das im Vorfeld sagst, weil du das aus der Vergangenheit erlebt hast, dass er dann in so einen Vater-Modus kommt und dann halt irgendwie so auch mit dir durchdreht? Das ist der Vater-Modus. Ich glaube, den kann man auch nicht abstellen. Also du hast dann einfach gelernt für dich, einfach kurz anzukündigen, so pass auf Papa, das ist jetzt einmal nur zum Auskotzen. Das muss ich jetzt einmal machen. Steiger dich da jetzt nicht rein. Das ist alles gut. Ich überlebe. Die Welt geht nicht unter. Die Welt geht nicht unter und dann legst du los. Also das ist ja auch schon mal zum Beispiel ein total super Tipp, wenn man mit der Familie zusammenarbeitet oder überhaupt mit Menschen, wo man weiß, dass die halt irgendwie ein bisschen eskalieren können, wenn man das nicht mit ankündigt. Das ist ein super Tipp. Ja, also Grenzen setzen. Also wir haben unterschiedliche WhatsApp-Gruppen. In die Familiengruppe kommen die Hundebilder und in die Gesellschaftergruppe kommen halt irgendwie, wir haben das und den und den Firmenwagen, der kaputt ist. Was machen wir damit? Also wir haben uns ganz klare Grenzen gesetzt. Wenn meine Mama samstags packt, dann ruft die mich an und sagt, ist eine Arbeitsfrage, hast du gerade Zeit? Wenn ich irgendwie gerade Zeit habe, dann sage ich ja. Wenn ich gerade im Rewe an der Kasse stehe, bin ich so, nee, vielleicht später. Und so ist das mit allem. Also so ist das auch, dass meine Schwester auch halt sagt, als Chefin, habe eine Frage als Chefin oder habe eine Frage als Schwester. Und das hilft uns sehr, weil du hast eine Einleitung und weißt, woran du bist. Und dann kann die andere Person aber auch sagen, tut mir leid, habe ich gerade wirklich keine Energie für. Ich bin hier zwischen Tür und Angel. Können wir das später machen? Finde ich ganz schön. Vielleicht gucke ich mir das ab. Meine Schwester arbeitet ja auch bei uns und mein Mann arbeitet ja auch mit. Aber vielleicht, das finde ich nämlich einen ganz schönen Ansatz, dass man halt so direkt weiß, ist es jetzt was Privates oder ist es was Berufliches? Und was waren denn so für euch die größten Herausforderungen? Also das, weil du vorhin gesagt hast, oh, da gibt es so viel, was ich heute anders machen würde. Was sind denn so ein paar Punkte, wo du sagst, okay, das hätte ich wirklich gerne gewusst, das hätte ich gerne anders gemacht? Also am Anfang waren wir sehr flatterig, würde ich sagen, unterwegs. Wir hatten teilweise irgendwelche Rechtschreibfehler auf Produkten, weil wir uns einfach immer zu spät darum gekümmert haben, weil wir immer gedacht haben, ja komm, das Launch-Datum kriegen wir jetzt noch irgendwie hin. Dabei letztendlich weiß niemand, dass das Launch-Datum gehalten werden muss. Man hätte das auch einfach zwei Wochen nach hinten verschieben können. Das geht bei uns auch so oft so. Ja, oder? Also ich habe dann einen inneren Druck, dass ich mir denke, nee, ich kann die Leute ja nicht enttäuschen, aber die Leute wissen ja noch gar nicht, dass was kommt. Und dann wäre vielleicht eine Nacht drüber schlafen oder lesen, dass da drei R's statt zwei in dem Namen sind, halt auch mal irgendwie angebracht gewesen. Also das, finde ich, ist ein großes Learning. Auch diese ganzen Sachen sich rückversichern, sich Zeit nehmen, gucken, gibt es den Namen schon irgendwie, dass man halt nicht in irgendwelche Verfahren kommt, wo man dann halt irgendwie Sachen überkleben musste oder so hatten wir auch schon. Also das ist, finde ich, auch ein großes Learning. Und auch sich auch Hilfe suchen. Weil ganz oft habe ich gedacht, ja, weiß ich zwar jetzt nicht genau. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wen ich fragen soll. Aber wenn ich mir eine Sekunde mehr Zeit genommen hätte, hätte ich bestimmt irgendwelche beratenden Personen gefunden. Es gibt ja auch, keine Ahnung, Anwälte und Co., die einen beraten können. Und ich glaube, dieses Hilfe suchen ist ganz oft ganz wichtig und auch kommunizieren. Weil ganz oft überarbeite ich mich und denke nicht daran, dass ich das auch kommunizieren könnte. Ich könnte meiner Familie auch sagen, hey, ich bin gerade irgendwie überfordert und stehe auch selten für mich ein, dass ich dann sage, ich brauche einen freien Tag. Sondern ich gucke dann in meinen Kalender und denke mir, nee, ist nicht machbar. Aber letztendlich, wenn ich jetzt krank werden würde, wäre es ja auch machbar. Aber wenn du krank wirst, arbeitest du dann nicht weiter? Doch, aber es gibt ja auch Momente, wo man so krank ist, dass man reinkommt. Danke für die Ehrlichkeit, Caro. Weil bei mir ist es nämlich auch so schwer für mich, einfach wenn ich krank bin, zu sagen, so und jetzt sage ich einfach mal alles ab. Ich denke dann immer so, oh, das kann ich ja jetzt auf keinen Fall absagen. Das muss ich jetzt ja alles noch machen. Weil gefühlt geht ja immer die Welt unter. Oder auch Urlaube. Also ich habe immer, dass ich mir für die Weihnachtszeit, trage ich mir immer Urlaub ein. Gestern habe ich noch gesagt, also da ist Urlaub eingetragen, aber wir wissen alle, dass ich diese Urlaubstage am Ende eh bearbeiten werde, weil ich von, keine Ahnung, zwei Wochen Urlaub auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, eine halbe oder eine Woche gearbeitet habe. Und dann passe ich das immer nachträglich an. Und dann ist das ja auch frustrierend, weil ich dann danach denke, ach man, jetzt habe ich mir einmal freigenommen und habe das gar nicht geschafft. Obwohl, wie du sagst, meistens geht die Welt nicht unter. Und wenn man mit einem positiven Mindset dran geht, dann kann das ja teilweise auch schön sein, zu sagen, oh, ich habe zwar frei, aber heute würde ich gerne eine Stunde lang das und das machen, weil eigentlich macht unser Job ja super viel Spaß. Und der sollte ja auch weiterhin Spaß machen. Und so ist das ja auch irgendwie mit diesem ganzen, mit der Familie arbeiten. Das muss ja alles gar nicht immer so ernst sein. Das kann ja auch alles super cool sein. Toll sein, dass ich meine Schwester dabei habe, dass ich mit meiner besten Freundin arbeiten darf. Und das ist ja auch was ganz, ganz Schönes. Ja, das finde ich einen total coolen Ansatz bei euch. Und das ist halt einfach nicht oft so. Oft wird ja gesagt so, oh, bloß nicht mit den Freunden arbeiten, bloß nicht mit der Familie arbeiten. Das kann ja so schlimm nach hinten losgehen. Es kann aber natürlich auch mega, mega cool sein, dass man eben sagt, man arbeitet mit der Familie und mit der Freundin und so weiter. Ich bin ja auch bei mir so, dass ich echt sage, ich habe einfach richtig Bock auf coole Leute. Also ich habe einfach mega Bock, dass wir bei JacksBeautyLine einfach, wenn wir Events machen, und dass ich einfach voll gerne auf das Event gehe, weil einfach nur geile Leute da sind. Oder genauso machen wir einmal im Jahr jetzt diese Teamreisen, wo wir mit allen zusammen in den Urlaub fahren für vier Tage. Das ist so cool. Und das ist wirklich, also das ist so geil, weil das ist wie eine Klassenfahrt. Und danach sind alle noch enger und noch verbündeter und noch cooler. Aber, und da komme ich zu einem Punkt, das war bei mir nicht immer so. Früher hatte ich überhaupt gar kein gutes Verhältnis zu Mitarbeitern, weil bei mir halt so viele negative Glaubenssätze zu Mitarbeitern und Geld und ich muss alles alleine machen und niemand ist so gut wie ich. Das hatte ich total stark und das habe ich ja total verändert und dadurch jetzt auch nochmal diese große Firma mit aufgebaut. Gibt es bei dir sowas, weil du hörst dich echt so total an, als wärst du einfach so krass weit, auch speziell so für dein Alter und dass du so ein krasses Verhältnis zu deinen Eltern hast. Gibt es überhaupt sowas in einem Leben von einer Karo Kroll, dass du sagen würdest, so, oh, da war ich irgendwann mal nicht gut und jetzt bin ich gut da drin. Also du hörst dich an, als wärst du irgendwie so auf die Welt gekommen. Lustigerweise, was du eben meintest, mein Papa sagt schon, seitdem wir No haben, der schlimmste Fehler, den du in der Führung machen kannst, ist zu erwarten, dass deine Mitarbeitenden sich so verhalten, wie du es tun würdest. Weil das ist nicht deren Baby und das muss es auch nicht sein. Die können freimachen und die können auch krank sein und die können auch sagen, ich habe aber heute Abend Pläne, ich kann keine Überstunden machen, weil es ist ja nicht deren Baby, es ist ja meins. Und das war am Anfang für mich super schwierig zu verstehen, weil wenn ich dann gesagt habe, ja, warum geht die jetzt einfach nach Hause, obwohl das noch nicht fertig ist, dann war mein Vater direkt so, ja, aber den schlimmsten Fehler, den du machen kannst, ist erwarten, dass sie die Einstellung haben wie du, weil sie sind ja nicht du und sie müssen auch nicht du sein. Und das versuche ich mir immer so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. An sich, wenn natürlich gab es schon Momente in den letzten Jahren, wo ich gedacht habe, okay, da habe ich mich falsch verhalten. Meistens ist es aber nicht, weil ich, also meistens ist es, weil ich das Beste wollte oder so und dann versuche die irgendwie vor einer Information zu schützen oder irgendwie, also ich mache mir immer ganz, ganz viele Gedanken und versuche immer das Beste zu tun und dann hatte ich aber auch schon Momente, wo ich mit denen gesprochen habe und gesagt habe, hey, meine Intention war super, super gut, aber es war, ist einfach nicht so rübergekommen, wie meine Intention war und da sage ich dann auch ganz oft und habe das auch im Hinterkopf, wir sind ja, wir machen das ja meistens, wir machen das ja meistens zum ersten Mal. Also wir sind ja das erste Mal Mama, wir sind das erste Mal Hundemama, wir sind das erste Mal Ehefrau und wir sind auch das erste Mal Gründerin und wenn jemand schon mehrfach gegründet hat, dann macht er trotzdem genau diese Gründung das erste Mal und dann können natürlich Fehler passieren, weil ich habe vorher noch nie gegründet, ich war vorher noch nie Geschäftsführerin und ich habe auf jeden Fall vorher nicht geplant, 66 Leute zu führen und dann kann mir natürlich was durchrutschen und das, was wir machen, ist, was vielleicht, hoffentlich, ein bisschen Inspiration geben kann, einmal im halben Jahr setzt sich unsere gesamte Führungsriege für eine Woche in einem Hotel zusammen. Wir gehen komplett raus aus dem Tagesgeschäft und einmal im halben Jahr, eine Woche lang reden wir nur über aktuelle Prozesse. Also es geht wirklich nur darum, wir haben gerade die und die Homeoffice-Regelung, sollten wir daran was ändern. Die Leute können uns vorher Input geben und wir sprechen dann wirklich fast die ganze Woche nur über die, was wir irgendwie ändern können, wie das läuft, was wir irgendwie tun können und dazu halt dann noch eine Strategie, wo wir hinwollen, weil die brauchen ja auch eine Strategie und eine Vision, um zu wissen, wo geht es mit mir hin. Und das machen wir jetzt schon echt lange, bestimmt drei Jahre und das funktioniert echt gut. Also da freuen sich alle schon drauf, weil wir wissen, wie viel Veränderung positiv dabei rausgeht und es gab auch schon Momente, da haben wir eine Sache entschieden und ein halbes Jahr später waren wir so, hallo, war blöd, haben wir festgestellt, lassen wir wieder, gab es auch schon. Aber dann ist es ja trotzdem gut, das halt einfach zu, einfach nochmal zu betrachten und zu sagen, okay, haben wir uns nochmal mit beschäftigt, das und das Meeting bringt uns eigentlich nichts, ändern wir jetzt in das und das um und das könnte man vielleicht auch nicht nur unbedingt, wenn man selber Gründerin ist, aber auch, wenn man irgendwie Teams hat oder sowas oder wenn man in einem Team angestellt ist, ist das trotzdem ein Punkt, den man vielleicht gut mitgeben kann und sagen kann, hey, wie wäre es, wenn wir uns einen Vormittag nehmen oder so im halben Jahr, um uns ein bisschen raus zu zoomen und zu gucken, wie es gerade von außen betrachtet läuft bei uns. Wir haben das jetzt auch gerade das erste Mal gemacht mit zwei Tagen, dass wir so ein Offside gemacht haben, auch in einem Hotel bei Berlin und es war echt auch so cool. Also wir haben auch sofort gesagt, okay, das müssen wir jetzt machen. Ich nehme es mal mit als Inspiration, das sogar zweimal im Jahr zu machen. Wir hatten bisher immer nur gedacht, das einmal zu machen, aber wahrscheinlich passieren auch einfach so viele Sachen. Wir haben noch einmal in der Woche unser Head-of-Meeting, wo wir sowieso zwei Stunden in der Woche richtig zusammen brainstormen und auch überlegen, wie können wir was verändern, welche Teams brauchen gerade was und so weiter oder auch zum Beispiel Produktethemen. Das wäre halt einfach uns immer ganz klar, einmal in der Woche, jeden Dienstag, zwei Stunden zusammensetzen und in der Führungsposition halt einmal wirklich halt alle Themen durchgehen und das löst auch meistens schon ganz viel. Dann braucht man auch nicht so viele Meetings dazwischen. Ja, das ist aber richtig cool. Das würde ich auch, also ich glaube, das lässt unser Daily Life irgendwie nicht so, schafft das nicht so, aber das ist richtig cool, halt einmal in der Woche sich dafür Zeit zu nehmen, weil, wie du sagst, es passiert ja jede Woche irgendwie was. Immer. Und wenn man dann nichts zu sprechen hat, dann ist es ja auch nicht schlimm. Also dann sagt man halt, heute haben wir wenig, sind wir statt zwei Stunden einer halben Stunde. Also es ist auf jeden Fall ratsam zu reden und ich glaube, das ist bei euch auch in der Firmenkultur ganz wichtig, dass ihr mit Menschen sprecht, dass ihr euch viel austauscht übereinander, untereinander. Hast du denn eine Thematik aktuell, die dich so wirklich so, wo du sagst, so boah, das ist mein Pain-Thema, das ist so das, wo ich echt so an meine Grenzen komme oder gibt es das bei dir nicht? Doch. Unterschiedlich, je nachdem wie. Also manchmal ist es halt so dieses, okay, wie distribuiert man, wenn man halt irgendwelche Out-of-Stock-Situationen hat, wenn man irgendwelche Launches hat, die dann sich dann doch wieder verschieben, wo man dann irgendwie merkt, Mist, okay, das ist nicht stabil geblieben. Du kennst das ja bestimmt auch. Du planst mit einem wichtigen Launch und dann auf einmal ist der gekippt und man ist so cool. Total, haben wir gerade wieder total krass mit einem Produkt. Und teilweise zieht es sich dann auch auf einmal. Also gerade ein Pain-Punkt von mir ist, wir hatten einen Launch diesen Sommer eigentlich schon geplant. Ja, wir haben November. Turns out, ist nicht passiert und wir haben gerade noch kein richtiges Datum, wann es kommen wird, weil es einfach sich immer wieder zieht, weil immer wieder, wir haben gerade gedacht, wir haben einen finalen Produktionstermin und dann hole ich den Tester raus, der vier Wochen alt ist und merke da drin, dass da halt irgendwie, dass die Formel nicht mehr so ist, wie ich gedacht habe und war richtig so, nein, das kann ja wohl nicht sein. Also sowas ist ein riesen Pain-Point und dann dazu dieser ganze Punkt, ich bin ein sehr großer Hinterfrager. Also ich habe ganz oft dieses, wo will ich eigentlich hin, wo wollen wir hin, mache ich alles richtig, sollte ich jetzt gerade zehn Leute einstellen und alle entlasten oder sollte ich irgendwie niemanden einstellen oder brauche jemand Hilfe, sollte ich Coachings für alle anbieten, sollte ich Führungskraft-Workshops also machen, das ist bei mir ganz oft. Also ich habe ganz oft dieses Hinterfragen, mache ich das gerade alles richtig, müsste ich irgendwie was anders machen, müsste ich irgendwelche anderen Meetings aufbauen, also ich habe ganz oft dieses Imposter-Syndrom, dass ich Angst habe, dass ich nicht genug mache und dass ich irgendwelche anderen Ressourcen, und dann manchmal habe ich dieses, hä, aber es läuft doch alles ganz gut und die sind doch alle happy. Ist das bei dir auch so zyklusabhängig, dass du so durch den Monat gehen kannst und sagen kannst, da sind die Gefühle besonders stark. Das kann sehr gut sein. Da musst du mal drauf achten und hörst du denn sehr stark dann auch auf deine Intuition? Ja, aber bei mir ist das auch manchmal sehr hoch und runter, halt auch so vom Stresslevel her. Also bei mir kann das manchmal sein, dass ich morgens zu Hause sage, oh mein Gott, und dann nach der Arbeit komme ich wieder nach Hause und bin so, ah ja, war doch nicht so schlimm. Und mein Mann ist so, hä, ich habe die acht Stunden nicht gesehen und die Welt hat sich komplett verändert. Also manchmal ist es ja auch einfach dieses, besonders wie du das kennst oder was du auch sagst, du hast dann auf einmal morgens, kriegst du eine schlechte Nachricht, teilweise auch Rohstofflieferungen sind auch, manchmal rufst du morgens, rufen die an und sagen, ja, wird in sechs Monaten was und vier Stunden später sagen die, ah, wir haben nächste Woche einen Slot und man ist so, hä, woher, woher? Und das ist manchmal sehr unvorhersehbar und dann ändert sich das natürlich auch sehr schnell und dann versuche ich halt immer so ein bisschen mir irgendwelche Ruhepausen zu nehmen, raus zu zoomen, aufzuschreiben und zu gucken, dass ich nicht vollkommen überreagiere. Ja, super. Ist ehrlich gesagt lustigerweise eine sehr, sehr ähnliche Thematik gerade bei mir und ich habe gerade einen so mega tollen Tipp mitgegeben bekommen, der mir so krass hilft und vielleicht kann ich ihn dir und auch allen Zuhörerinnen da draußen gerade einmal mitgeben, tatsächlich sich in diesen Momenten dieser so, boah, mache ich überhaupt alles richtig und wie sollte jetzt was weitergehen, sich wirklich kurz mal rauszunehmen, sich wirklich einfach mal hinzusetzen, die Hände auf den Bauch zu halten und mal wirklich ins Gefühl zu kommen. Also richtig, weil das machen wir nie. Wir sind immer nur in den da draußen und dann ist schon wieder eine nächste Insta-Story angesagt, dann machen wir schon wieder ein nächstes Produkt, dann, man heizt ja so krass durch den Tag und ich weiß nicht, ob du eben gerade unten mal bei uns hier auf der Toilette warst, da habe ich mir an den Spiegel geschrieben, nimm dir Zeit, weil das gerade so mein Thema ist, was immer wieder kommt überall und das sind so diese Treibhölzer, die ich jeden Tag so reingespielt bekomme, dass ich mein Problem eigentlich selber lösen kann, aber so stark im Außen suche, die ganze Zeit, wer könnte mir jetzt die Antwort geben, wie könnten wir das Problem jetzt lösen, muss ich jetzt zehn Leute einstellen, muss ich jetzt noch mal meine HR fragen, muss ich jetzt noch mal irgendwie mit meinem Mann darüber sprechen und sich wirklich mal für, lass es fünf Minuten sein, sich einfach nur hinzusetzen und in dieses Gefühl reinzugehen und wirklich die Hände richtig auf den Unterleib zu legen und mal wirklich so reinzufühlen, was sagt mir denn jetzt eigentlich meine Intuition und wenn du da mal hinhörst, also das ist wirklich krass. Mit einer speziellen Fragestellung? Kannst du machen, du kannst mit der speziellen Fragestellung da reingehen, dass du sagst so, wie würdest du das Problem jetzt lösen oder wie können wir jetzt oder wie würdest du es machen, wie würde ich oder wie kann ich mit mehr Leichtigkeit das und das Ziel erreichen? Wie schaffen wir das, den und den Umsatz zu machen oder sowas? Und da mal reinzufühlen und es mal einfach kommen zu lassen, weil das habe ich wirklich erst vor kurzem angefangen, mal richtig intensiv zu machen und ich habe das Gefühl, dass alles dadurch gerade so viel leichter wird, weil die Antwort kommt. Die Antwort kommt, ich glaube nur, dass wir uns und da bist du sehr ähnlich wie ich. Ich glaube, wir nehmen uns einfach nur viel zu wenig Zeit für uns selber, dass wir einfach so viel in diesem und ich glaube, da hören jetzt ganz viele zu, die sagen, ja, das ist bei mir genauso und auch bei mir mit meinen zwei Kindern und dem Hund und dem Alltag und dann alles, was wir jetzt gerade machen, das ist einfach so viel. Nur, und das hast du ja vorhin auch ganz richtig gesagt, so, wir sind ja Unternehmerinnen aus Leidenschaft, wir lieben es ja. Das ist ja nicht nur, es macht eigentlich Spaß, sondern wir gehen ja voll da drin auf und an dieser Stelle kann ich auch allen empfehlen, Caro auf Behind No Cosmetics mal zu folgen auf Instagram, weil sie da halt einfach auch sehr viel darüber berichtet, was du gerade so als Unternehmerin gerade so alles auf der To-Do-Liste hast, man kann dich begleiten zu Events und was, also ihr zeigt ja da diverse Sachen und da kann ich einfach nur empfehlen, das mal zu machen und wir dürfen uns dann halt einfach mal in diesen Momenten der totalen Überforderung einfach auch so ein bisschen mehr Zeit für uns nehmen und sagen so, muss das jetzt wirklich sein, weil es ist so spannend, was du sagst. Nur wir, also wir produzieren uns ja den eigenen Stress. Also nur bei uns machen wir dieses, so Gott, die ganzen Kunden warten jetzt alle da drauf, dass das jetzt kommt, aber im Endeffekt alle überleben auch, wenn das Produkt halt meinetwegen zwei, drei Monate später kommt, aber wir produzieren in unserem Kopf die ganze Zeit, nein, das muss jetzt sein und die Welt geht unter, wenn das jetzt nicht passiert, aber sich das mal so zu gönnen, diese Zeit sich zu nehmen und zu sagen einfach so, okay, ich nehme mir jetzt einfach kurz die Zeit und wenn wir krank werden, nehmen wir uns die Zeit kurz gesund zu werden. Muss ja nicht direkt wie eine Woche sein, aber diesen kurzen Moment zu nehmen, das möchte ich dir super gerne als kleine Inspo mitgeben. Super Inspo. Also ich weiß noch nicht, wie ich das alle fünf Minuten mache. sein dein Spaß. Nee, 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 nee. Nur wenn du dieses, nur wenn das bei dir aufkommt, nur wenn du dieses Thema hast mit morgens, also ich mache das wirklich vielleicht, wenn es hochkommt, einmal am Tag. Ich super gerne, also ich würde es super gerne probieren. Dieses einfach mal so innerhalb mal kurz zu überlegen, die Intuition zu fragen, was würdest du jetzt machen? Wie würdest du das jetzt entscheiden? Weil seitdem frage ich nicht mehr so viel im Außen, sondern beantworte so viel selber und seitdem komme ich auch mehr in dieses so geil, ich weiß endlich, dass ich das mache wirklich, was ich richtig zu 100 Prozent machen will. Und das machst du ja auch. Diese fünf Minuten sind ja auch da, aber man nimmt sie sich halt einfach nicht. Also ich nehme sie mir auf jeden Fall nicht. Also ich renne durch die Gegend und das muss noch gemacht werden und das und das und das. Und ich, also ich hätte auf jeden Fall diese fünf Minuten und dann springt das aber über in ein, ich habe den ganzen Tag so viel gemacht und jetzt brauche ich ganz dringend Zeit für mich. Und dann ist das aber auch nicht kontrolliert, sodass ich dann irgendwann merke, ah Mist, jetzt ist es schon viel zu spät und du musst eigentlich schlafen, weil ich dann diese, ja diese, dieses, es ist dann wie eine Überkompensation, würde ich denken, die ich dann habe. Obwohl fünf Minuten bestimmt schon helfen würden, aber die habe ich dann in der Sekunde gefühlt, habe ich die nicht. Safe habe ich die. Aber ich fühle mich so, als hätte ich sie nicht, obwohl die bestimmt schon viel, viel ändern würden. Also ich probiere es auf jeden Fall aus. Ja, überhaupt allgemein sich diese Auszeiten zu nehmen. Ich glaube, das ist halt so, ich werde jetzt 41 und ich meine, bei mir ist es wirklich so, ich musste jetzt quasi 40, 41 werden, um zu sehen, so krass, ey, mein Körper macht das einfach nicht mehr mit. Also, ne, ich war, wie gesagt, in einem Alter auch noch so in so einem, ja, ich schaffe das alles und mir gehört die Welt und no matter what, ich bin halt gerannt wie eine Bekloppte und habe dann aber irgendwann halt irgendwie auch so gemerkt, so krass, mein Körper macht es einfach nicht mehr mit. Also, es ist einfach so, der Körper spricht so eine krass laute Sprache mit mir mittlerweile. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich hatte das am Anfang immer nur so ein bisschen so leichte Kopfschmerzen, ein bisschen Migräne hier und da, dann hat mir irgendwo mal ein bisschen was wehgetan, dann war das noch alles so, ja, scheiß drauf, ne, so, das geht ja alles. Und irgendwann wird halt irgendwann die Sprache lauter und deswegen finde ich, ist es so wichtig und deswegen mache ich ja auch den Glowcast, deswegen spreche ich so gerne mit anderen Unternehmerinnen, weil ich glaube auch ganz viele Menschen, die jetzt zuhören, die halt einfach auch so hören, was du machst, wie du das aufgebaut hast, für sich super viel mitnehmen, ja, und einfach da vielleicht auch Themen bei sich selber erkennen und sagen, oh krass, da erkenne ich mich total drin wieder und ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt auch so für diese ganze crazy Weihnachtszeit, die jetzt noch vorsteht, einfach ganz viel, ganz viel Kraft und Power und einfach so viel Erfolg für dich weiterhin und euch weiterhin. Ich finde das mega. Ich beobachte so gerne, was du machst und was ihr macht und das ist wirklich, wirklich spannend. Also ich finde es auch ganz toll, dass wir in diesem Jahr auch zusammengearbeitet haben, weil ich dich ja auch schon ganz lange beobachte und begleite. Vielleicht auch deswegen nochmal einmal abschließend, weil das wahrscheinlich sehr viel interessiert, die jetzt gerade zuhören. Was sind denn so deine drei Must-Have-Produkte von euch, auf die du einfach, wenn du jetzt sagen müsstest, alles andere muss gelöscht werden, alles andere darf nicht mehr verkauft werden und drei Produkte dürften noch bestehen. Welche wären das? Drei Produkte, das erste wäre der Liquid Hydrator. Das ist dieses Liquid, was wirklich halt super krass Feuchtigkeit spendet, kann man auch auf, also ich benutze auch auf dem Rücken, auch auf der Kopfhaut. Ich mache es auch tatsächlich auf meinen Hund, weil die auch mit Schuppen zu kämpfen hat, also das ist so mein Go-To. Das zweite wäre unsere Sonnencreme, weil ich die einfach jeden Tag benutze und weil die eine super gute Base ist. Man kann auch ohne Foundation damit rausgehen, die gibt einen schönen Glow und die ist natürlich halt trotzdem auch noch pflegend und super gut für unter Make-Up. Und das dritte wäre unser Rebalance Serum und das kann ich einfach nicht leben, das ist gut fürs Mikrobiom, das reguliert das Mikrobiom, das heißt, wenn man Stress hat, es hilft bei Unreinheiten, Trockenheit, Rötungen und das ist so das, was ich jeden Tag benutze, weil ich einfach merke, dass meine Haut nicht so gut ist, wenn ich es nicht benutze. Deswegen, das wären die drei Sachen, weil ich genauso, wie du sagst, ich merke es halt auch, also auch, ich habe an sich auch oft so Ohrensausen und so, das ist natürlich auch nicht so super, aber ich merke es auch tatsächlich an meinem Körper, ob ich Stress habe. Also ich merke auf einmal kommen so, so wie so entzündete Haarwurzeln oder so und die habe ich nur in Momenten, wo ich ganz doll Stress habe. So und da merkt man halt auch, der Körper sagt einem, hey, es ist gerade zu viel und da ist es halt ganz wichtig, da drauf zu hören. Absolut, total schön, aber schön, dass du das alles erkennst und auch ein riesen Kompliment an deine Eltern, die anscheinend sehr, sehr, sehr viel bei der Erziehung richtig gemacht haben, sehr viel in der Entscheidung, wie ihr die Company aufbaut. Ich finde es mega, mega cool, wirklich, dass ihr das so zusammen macht. Ihr seid, glaube ich, eine ganz, ganz große Vorbildfamilie für viele andere da draußen. Also vielen, vielen Dank für dieses ganz tolle Gespräch, Caro. Dankeschön für die Einladung. Wir verlinken natürlich auch Caros ganze Profile und das No-Cosmetics-Account bei uns in den Shownotes. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Wenn ihr Fragen noch zu Caro habt, schreibt ihr sehr gerne direkt über ihren Instagram-Account oder ihr dürft natürlich bei uns auch auf dem Glowcast-Podcast Instagram-Account vorbeischauen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zugehört habt oder zugeschaut habt. Wir sehen uns nächste Woche. Ach, und was ich diese Woche unbedingt sagen wollte, es waren auch ganz viele Treibhölzer, hinterlasst uns eine Fünf-Sterne-Bewertung. Achtung! 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 AFlordinate!